Eine Heilquelle mit Geschichte. 2011 steht das Johannesbrunnen Heilwasser 333 Jahre im Dienste der Gesundheit und des Wohlergehens des Menschen. An diesem begünstigten Ort in der Nähe erloschener Vulkane und entlang einer Erdspalte tritt das natürliche Heilwasser des Johannesbrunnen artesisch an die Oberfläche. Das Johannesbrunnen Heilwasser wird direkt an der Quelle ohne jegliche Veränderung seiner natürlichen Zusammensetzung abgefüllt und hat durch seine lebenswichtigen Mineralstoffe und Spurenelemente heilende, lindernde und vorbeugende Wirkung. Ein Liter Johannesbrunnen Heilwasser enthält jene Menge an Mineralstoffen, die der menschliche Körper in 24 Stunden aus Flüssigkeiten aufnehmen kann. Historische Schauobjekte ab 1750, historische Hochzeitsfotografie und Reproduktionen aus Kunst und Brauchtum geben Einblick in die unendliche Kulturgeschichte von Hochzeit, Liebe und Frauenwelten. Das alles finden Sie im Johannesbrunnen, das traditionelle Heilwasser von Bad Gleichenberg. Natürliches Heilwasser seit 333 Jahren. Johannesbrunnen für Ihr Wohlbefinden